Ja und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier auf dem Kanal. Wir sind auf der Virtual District Line unterwegs. Einer kostenlosen Strecke, die es zum Dauna gibt, den Link werde ich natürlich in die Videobeschreibung reinpacken. Und wir fahren mit der modernsten U-Bahn, die momentan da unterwegs ist, mit dieser S7, die ist von der Just Trains und mit dem Enhancement Pack. Mit der bin ich tatsächlich noch nicht sehr viel gefahren. Also Fahrzeit maximal vielleicht dreiviertel Stunde, Stunde insgesamt. Und ja, wir fahren jetzt erstmal hier auf der District Line und schauen, dass ich mir hier keinen Blödsinn mache. Das Einzige, was ich mit der noch nicht so ganz intus habe, das ist das richtig Anhalten mit den Markern hier. Das werden wir dann später noch sehen. Wir gehen jetzt mal aus der Pause raus in den Führerstand und machen die Lok hier erstmal an. Wir gehen da auf Chipcock. Sehr gut. Die Türen zur Linken auf. Und dann schauen wir mal, wo haben wir unsere Zugnummer? Ne, haben wir nicht drin. Wir fahren nach Edgeware Road. Okay. Okay. Ich kann aber das finden. Hm. Das wäre aber da schon richtig drin. Olympia District Line. Ich gehe mal davon aus, das wird schon passen, nachdem jetzt hier die Anzeige schon gekommen ist. Na komm, geh zu. So, dann werden wir hier noch einen Deadsmann-Lock hier reintun. Ansonsten müsste ich immer D drücken. Und los geht's. So, da gehen wir mal ein bisschen raus. Wunderbar. Ja, dachte ich muss jetzt mal ein bisschen U-Bahn fahren. Eben, nachdem ich jetzt gerade vor kurzem in London mit der U-Bahn gefahren bin. Das war so ein cooles Erlebnis. Habe ich mich so gefreut. Wirklich endlich mal in der London-Tube drin sein. Hätte ich das einfach viel früher schon machen sollen. Okay. 45 als nächstes. So, maximum Geschmack ist. Ja, wir werden auch mal mit der Sea-Stock und T-Stock mal rumdusen. Jetzt sind wir auch hier auf der Strecke unterwegs. Ah, da kommt schon der Kollege. Vor allem mittlerweile nicht mehr. Aber die sind jetzt umgebaut worden zu Batterielocks, beziehungsweise Diesel-Varianten. Ich habe einen Wasserstoff komplett rund modernisiert. Okay. Und jetzt schauen, dass ich es halt halbwegs richtig anhalte hier. Ah, das war zu viel. Das glaube ich, das Grüne müsste hier drin sein. Dass man das da quasi schön in der Mitte hat. Okay, wir schauen mal hier aus. Ja. Lassen wir mal durchgehen. Hinten haben wir noch Luft. Okay. Okay. So, da, da. Abfahrt. Ich glaube, dass wir hier keine echten Bilder haben. Das wäre so cool. Das wird, glaube ich, jetzt auch mal langsam verschwinden. Ob die Leute gewusst haben, dass sie dann in einem Simulator verewigt worden sind. Ich finde ja, das ist zu korn so geil. Das ist doch das von den Alten. So. Ich hoffe mal, dass wir da jetzt besser anhalten. Je öfter das machen, desto besser wird es, glaube ich. Also U-Bahn fahren ist schon eine Präzisionsarbeit. Ich hoffe mal, dass wir da sind. Das ist eigentlich eine gute Vorbereitung für den Japan-Train-Simulator, wie es der Ham-Simulator wieder noch mal heißt. Das muss man ja auch so genau anhalten. Jetzt passt's. Na, dass ich jetzt die Notbremse reingeschmissen hab. Ja, passt super. Darf haben Abstand. Türen aufmachen. Wäre nur gut. Das ist etwas, was ich ein bisschen fabierend fand in England. Ich meine, die Linien haben teilweise unterschiedliche Enden und split sich da noch auf. Das heißt, da kannst du dich da nicht einfach mal in einen District-Line-Zug reinsetzen, der in die gewünschte Richtung fährt. Ich muss ja noch abschauen, dass er dann nicht an der falschen Seite irgendwo abweicht. Und, boah, sind die Dinger teilweise voll zu der Pendler-Hauptverkehrszeit. Ich wäre da teilweise so zwischen sieben und neun unterwegs gewesen in der Früh. Boah, das sind Menschenmassen da unten. Oh, und die Rolltreppen in England. Ich weiß nicht, was das ist, aber die sind wesentlich schneller, als wie bei uns hier. Oh, da hat's mal ein bisschen geruckelt. Und teilweise auch ewig lang. Und der geht's dann auch richtig steil nach oben. Das ist dann voll das komische Gefühl, wenn du dann nach oben fährst, wenn du sie nach unten. Und Rollstuhlfahrer möchte ich auch nicht sein in England, weil die Meisterstationen so unglaublich viele Treppen haben. Und wenn du halt keine Treppen gehen willst, musst du teilweise einen großen Umweg gehen. Ja, und morgen kommt dann der erste Test, also beziehungsweise der erste Playtest zu SimRail raus. Bin schon mal gespannt, wie das wird. Multiplayer und Dispatcher kommt ein bisschen später, aber Final Release soll ja dann im Jänner sein. Bin gespannt. Aber dann, wo das Video hier rauskommt, hab ich das schon längst gespielt, also hab das schon so meine Meinung. Ja, da hat er mal ein bisschen nachdenken müssen. Ja, und hier, glaub ich, muss es da sein. Glaub ich. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ja, ich glaub, das kommt nicht so ganz hin, weil wenn ich mir da die Türen so anschaue, laufen die da jetzt voll in die Stange hier rein. Aber wie muss es dann sein, wenn ich links anhalt? Also, wenn der Bahnsteig links ist, wie muss ich da schauen? Das ist eine gute Frage. Oder muss es... Ich will mal schauen, was passiert, wenn das Ding hier vorne irgendwo zu sehen ist. Wobei, ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig ist. Wobei, ich kann mir nicht sagen, dass das Ding hier vorne ist. Ach, shit, da sind ja wieder nur 30 hier. Also, für das, dass das Freeware ist, ist das eine mega geile Strecke. Und auch recht groß. Ich kann es euch dann mal kurz an der Station zeigen. Von der Map her. Also, ich kann es euch mal kurz ansehen, wenn es euch da ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Komm, geh zu Ich hab's natürlich auch nicht nehmen lassen können, ins London Transport Museum zu gehen Viel lieber war ich ins Depot reingegangen Aber die haben noch recht selten offen, bis ich gesehen habe, zu Sonderevents Da stehen da die ganzen Highlights drin Aber das Transport Museum, ja, war ganz cool Stehen ein paar nette Sachen da Aber es ist kleiner, als ich gedacht habe Und die haben da natürlich ein U-Bahn-Zimmerlauter drin gehabt in einem echten Führerstand Den habe ich natürlich ausprobiert Also wenn ich da meinen Holiday Report mache Und ich werde da dann entsprechend Fotos zeigen Was haben wir hier? Abstehgleise Okay Ja, statt dass ich gerade Zeitreferenz habe, um zu wissen, ob ich jetzt in der Zeit bin oder nicht Aber so wie ich es kenne, bin ich vermutlich eher nicht in der Zeit So Bisschen drüber Aber ich glaube, so ist ganz okay Schauen wir uns das mal von außen an Ja, ich stehe sogar Davor Hinten geht es aus Ich glaube, ich mache das so Mein Kollege Ich glaube, ich möchte mal ganz kurz das Menü hier haben Klingt schon ein bisschen futuristisch Ist es da eine Abstellung oder geht es da wohin? Ich glaube, das ist auch wieder eine Abstellung hier Yay, der erste Tunnel Oder sowas in der Art Ja, aber ein bisschen drüber Aber ich denke, fair enough Äh, wo sind wir denn? Da sind wir Okay Aber ich glaube nicht, dass das richtig ist Was macht er hinten? Das schaut aber nicht so gut aus hier Ne, da hätte ich tatsächlich noch ein bisschen fahren müssen Die eine Tür ist da dahinter Ja, aber nach welchem Sichtpunkt mache ich das denn? Soll ich es doch noch mal probieren, dass es hier ist Schwierig, schwierig Oh, das ist die Kante vielleicht? Wo ist man mit der Kante? Also wenn es jemand weiß, wie es richtig ist Auf der linken Seite Gerne in die Kommentare reinschreiben Okay Gut, Kollege. Die nächste Station ist West Brompton, Changepool, London Overground und National Rail Services. Okay, neuer Halteversuch. Schöne Station. Jetzt ist es gerade ein bisschen mit den Frames. Ja, nicht ganz. Kommen wir ganz kurz nach draußen. Sieht jetzt aber gar nicht mehr so falsch aus. Ich glaube, das wird schon hinhauen. Was macht er hinter? Gerade noch so. Das ist dann mal ein Overground hier, oder wie? Doch, die Türen sind offen. Ist aber nicht aufgegangen. Okay, ich mache mal wieder zu hier. Oh, das sind ja jetzt andere Bilder hier. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Cool. 25. Kannst du haben? Ah, okay. Das sieht ein bisschen brutal aus hier drin. Die nächste Station ist Pearlsport, Changepool, Piccadilly Line und District Line Services zu anderen Destination. Exit für Pearlsport Exhibition Center. Ah, da ist gerade ein Kollege mit einfahren. Nice. So, da wird es jetzt mal nicht vor... So, jetzt. Aber jetzt ist es perfekt. Ja, der schaut... Der schaut richtig aus. Der hinten auch. Nix weiterfahren. Er ist kurz weit. Ich glaube, der kommt nach auf. So, jetzt aber. Bei den alten D- und C-Stacks, ne? So, wenn wir es jetzt gerade da drin haben. Die Bahn ist noch ganz geil. Die haben da wie so eine Zugabschlussfunktion. Sprich, wenn vorne der Fahrer aussteigt, dann hat es ja bei den Türen hier immer eigentlich die Tür-auf-Buttons. Oder mein District-Line-Conductor-Tour. Wir gehen und holen euch hier für ein paar Minuten. Auch die D-Stack kommen in die Plattform 1. Gehen Sie vor, um auf seinen Schädel zu treffen. Bis zum Form des Passages, da wird ein kurzer Delay sein. Danke. Kann ich das eigentlich von hier machen? Manual Message. This Message. Ja, liebe Leute. Wir bleiben hier noch ein bisschen stehen. Um einen anderen Zug vorzulassen. Geht gleich weiter. So was habe ich jetzt... Ah, ja, genau. Und der macht dann hier so einen Zugabschluss und der geht dann hinten die Wagen ab. Und wenn er dann quasi da einen Wagen gesehen hat, dass da gar nicht mehr drin ist, dann drückt er quasi auf den Türen-Öffnen-Button. Oh, scheiße. Jetzt habe ich schon einen Zug runtergefahren. Und anstatt, dass die Türen dann halt aufgehen, gehen sie halt zu. Und so sperrt er seinen Zug quasi ab, bis er dann ganz hinten ist. So, macht die Tür zu. Und losfahren. Oh, nee. Wenn man jetzt den ganzen Zeit hinterherfahren. Na ja, sieht ganz so aus. Übrigens, bei der Geschwindigkeitstafel will ich keinen roten Rand haben, da gilt die Geschwindigkeit. Also ich dürfte es dann quasi ab dem Schild beschleunigen. Und wenn es die rote Umrandung hat, muss natürlich der ganze Zug erstmal vorbei. Es ist aber langsam hier. Und ich werde jetzt die Türen nicht mehr Ah, jetzt ist es gerade frei worden. Limit of Shunt. Was? War das jetzt nicht für mich frei? Ja, ist ja gut. Shit, jetzt glaube ich, hat es meinen ganzen Zug zurücksetzt, ne? Ach, nee. Scheiße. Ah, das ist jetzt gar nicht gut. Ah, zeig nochmal. So. Mann, wie kann ich denn dich jetzt wieder zurücksetzen? Was haben wir jetzt hier mit? Oh, sick train. Wieso gibst du mir das jetzt nicht mehr frei? Okay. Ist voll in deinem Mergency-Projekt drin. Ach, Mann. Muss ich dich jetzt wirklich komplett runterfahren? So. Aus. Wieder ein. Oh, da muss ich das Türding da jetzt einmal kurz machen. Seh halt auch nichts, ne? Wo war das bei Auto, glaube ich? Ja, super cool. Ich weiß jetzt gerade nicht. Wie ich die Lok jetzt hier zurücksetze. Oh, jetzt, äh, ich schau mal ganz kurz im Handbuch nach. Ich bin gleich wieder da. So, da, da bin ich wieder. Hab's jetzt wieder zum Laufen gekriegt. Wir sortieren noch so ein Tripcog-Reset-Button. Das ist der hier. Und da muss man in Restricted-Mode weiterfahren. Sag mal, bis zu der nächsten Station. Dann haben wir natürlich jetzt Fett-Verspätung. Ja, und den Restricted-Mode fährt dann nicht schneller als 10 Meilen pro Stunde. Ach, die wirkliche Idee im Fahrt gehabt. Ja, und ich hoffe, ich kann das wieder auf manuell einstellen. Da würde ich mich freuen. Aber war ja klar, dass da was schief geht. Außerdem habe ich im Handbuch mal nachgeschaut. Für die linke Station. Oder für... Okay. Wenn die Plattform hier so links ist, dann muss ich quasi von hier schauen. Damit wir hier entsprechend drin sind. Naja, das war jetzt falsch, aber egal. Äh, Tür auf. Schau ich mal, ob ich wieder in den normalen Modus kann. Dann geht er sofort wieder in Emergency-Ren. Die nächste Station ist Notting Hill Gate. Das ist ein Distrikt-Line-Train zu Edgeware Road. Die Front-Doors werden nicht öffnen. Die nächste Station. Bitte benutze andere Türen. Echt? Was? Warum? Warum ist das so? So. Äh, wir sind jetzt aber... Ah, doch, er geht auf Release. Geil. Einmal muss ich noch ganz kurz weg. Ich bin gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder. Entschuldige die kleine Unterbrechung. Aber da war jemand an der Tür. Kann man doch nicht machen. Einfach klingeln, wenn ich da beim Zugfahren bin. So, wie es aussieht, wird der Ausstieg dann wieder in Fahrtrichtung Blink sein. Also, ich muss echt sagen, das Fahrgleich ist echt nicht schlecht. Warum denn nicht? Ah, shit. Bin ein bisschen drüber. Ich habe es in diese Säule da. Sollte dann mittig treffen. Äh, wo ist der Button? Button. Button. Ja. Verstehe ich aber nicht, warum die hier nicht aufgehen sollten. Naja. Wird schon seine Logik haben. Äh, wie können wir dazu machen? Ich meine, Gott sei Dank kann man hier schön durchgehen. Ah, das sieht so cool aus, wenn man hier einfach von vorne nach hinten die ganze Zuglänge da hat. Vor allem mit der Kofi, wenn sich das dann so reinschlingelt. Schon mega cool. Die Anzeige stimmt aber nicht ganz. Da wird nämlich dann kommen, Next Station ist das und das. Und Mind the Gap wird dann hier auch noch anzeigt werden. Und ich sage es euch, diese Sitze sind voll für den Arsch. Denn diese Trenner da dazwischen, das ist echt nicht viel Platz. Also ich habe da gerade irgendwie gerade noch so drinnen Platz. Das ist echt nicht bequem. Und ich sage es euch, das ist echt nicht bequem. Naja, fair enough. So, mach mal auf. Schau mal den aus von der Halteposition. Stimmt gar nicht, die sind offen. Ach, die könnten wir ruhig aufmachen hier. Okay. Gehen wir wieder hier rein. The next station is Paddington. This is a district line train to Edgner Road. The front doors will not open at the next station. Please use other doors. Paddington, Bahnsteig 2. Guck gleich als nächstes. Oh, ich würde so gerne meine Verspätung wissen. Die Elisabeth Line war ja auch immer ganz cool, wenn sie die umsetzen würden. Ich meine, da fahren die Züge zwar komplett automatisch. Aber man könnte auch manuell fahren. Abonnen. So, we haben jetzt mal die Yenens. So, da haben wir es ja auch. Hä? Aber hier muss ich doch ruhig aufmachen. Was habt ihr denn hier? Fast verweckt. Ein bisschen drüber. Ja, schaut gut aus. Warum nimmt er jetzt den Halt hier nicht? Ah, jetzt. Beinahe perfekt. Es ist eine Lüge. Das ist ein Problem. Der Zug ist zu lang. Eigentlich müsste ich so sagen, die hinteren Türen gehen nicht auf. Our final destination. Will ich das auch richtig sehe? Ah, ist zu. Hm. Gemäß manuell ist es sogar simuliert, dass man irgendwas an der Tür steckt bleibt. Das muss man dann speziell akknoten. Das hat bis jetzt aber noch nicht passiert. Es ist, dass du schon ein bisschen an der Tür steckt. Und, dass mich nicht so schön ist. Das ist klar. All right. Ich finde es nicht so schön. Ich kann euch da jetzt einen kleinen Kanten. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich kann mich so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Oh, Kollege, du hast jetzt auf mich gewartet, damit du da abbiegen kannst. Hört mir leid. Oh, da kommt wieder was Rotes. Was? Dürft man noch nicht in die Station einfahren? Ah, nicht ganz. Oh, ne, wir gehen hier rein. Ja, hier können sie vielleicht wirklich einen kleinen Spalt haben. So, sauber anhalten. Ah, das war zu viel. Naja, hat keiner gesehen. So, dann machen wir irgendwie mehr einen schönen Screenshot hier. Nice. So, dann machen wir das so von hier so, damit das hier gut aussieht. So, well, that was a pretty good run. I hope you enjoyed a better ride. A lot of feedback we're getting from the Ops is very positive. Go grab a cup of tea, then you can take the train back to Wimbledon. Ja, wenn du wüsstest, was ich gemacht habe und was wir eigentlich für eine Verspätung haben. Ah, ja. Ja gut, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War natürlich wie immer eine chaotische Fahrt. Aber meines Gehens würde ich sagen, gebe ich noch meine Note 2 Minus für die Fahrt. Würde ich jetzt mal sagen. Also, bis dann und tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.